ok das ist das so was ist da drin nichts was ich machen kann was das für für lappets guter keks da ist ein toter also nicht ganz aber klar das haus schätzt das habe ich verstanden aber ich kann ja noch nicht kaputt machen so jetzt öffnen sich hier beide nein kolleg was soll weg so ein paar macht beim schnelldurchlauf aber das wird das level up bedeutet was ich mir nur überlegen was ich mache was mache ich was das denn wieder vergoldete runden super ein geisterfeder aus super haben ihren namen weil sie schub plötzlich aus dem schatten auftauchen einen sprung zu erreichen aber eine schütterung wird sie auf jeden fall ok das hat jetzt wie die verteidigen keine ahnung so du erst mal weg du gehst jetzt bin ich gerade richtig auf die klappt его aber mich k als sicher ist nur 2 bringe ich. Ich kann kotzen. 2 Punkte. Oh, close enough. Okay, gut. Wenigstens auch 6. So. Am liebsten würde ich ja jetzt Ohrenpunkte nehmen. Aber Leben macht so Probleme. Das Leben macht richtig Probleme. Nein! Weg, meine Güte, Herr, du bist. So, da ist es tatsächlich schwachsinnig, weil wir die Punkte versauen, verbrauchen, weil es ist natürlich doof, dass ausgerechnet jetzt die Vergiftung kommt, unser Vergiftung vorbei. Wie, nur noch 6. Was soll? Wie, nur noch 2 für dich? Wie, nur noch 3 für dich. 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 dieser abgrund gefällt mir gar nicht könnte sagen hilfs der dritte springt schon was passiert aber ach komm was soll der spaß was hier unten das hat sich tatsächlich gelohnt ja es hat sich tatsächlich gelohnt er war schon wieder so ein raum wo ich nicht weiterkommen weil sie kann das ja nicht aufstrengen muss ich mit dem städte haben wir machen dafür braucht ein städter im hammer nein wieso why why did we do this so du fällst natürlich von oben ja bitte was wie viel wie schwer bist du ja 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 naja das war doch mit dem fuß was mache ich Aua. Aua. Ähm. Was hat natürlich alles sehr drauf. Wieso kann ich das gerade nicht mehr. Wieso kann ich das gerade nicht mehr. Warum. Das hat die ganze Zeit fucking funktioniert. Und jetzt hat es hier verkeck ich zweimal. Wieso dreimal. Hier habe ich das Action Commander noch gar nicht raus. Nein. Huh. Das war's. Ja, das war's. Also, ich werde hier ein Zettel machen. Ganz stolz drauf sein. Oh, ist das? Ey. Power Carry habe ich so noch überhaupt nicht drauf. So, jetzt bitte. Ey, ich könnte kotzen. Wow. Tü-tü-tü. Tü-tü-tü. Endlich. Ah. Drei oder viermal nicht funktioniert. Das ist ja traurig. Ah ja, okay. Da komme ich nicht hoch. Was war hier? Achso, ja. Was war das? Also, es gibt vier solche Orte mit vier Orten. Hab ich verstanden. Ich kann es nicht übersteigen, ob man sagen kann, dass es gelohnt hat und ob es sich nicht gelohnt hat. Aber das ist ein Gründer. Das ist auch ein Gründer. Ist ja doch. Die Schale trifft. es wird auch unbewusst sein aber das gleiche spiegel wie gerade eben machen ich bin halt fast tot danke superhaber bitte was ich bin tot bitte was fast schon der schatz in dem wohnen bewachter besteht aus steilen 1 weiß nicht wie du das siehst aber ich will nicht bis das frühstück enden ja zum fick jetzt haben sie doch alter ich hab nichts mehr das tut jetzt echt weh was hat denn jetzt oder das ist jetzt sehr belastend ach fucking hell ja sag mal so ich mach nochmal alles ja und da sehen wir uns wieder wenn ich dort bin wo wir gerade gestoppt tschüss ja 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 ja